Ich heisse Somi, ich komme aus dem Iran und bin seit vier Jahren in der Schweiz von Juzern. Ich komme aus dem Iran und unsere Religion, also Regeln, ist so, wir müssen Hicab haben. Längere Mantel tragen mit Kopftuch. Normalerweise, wie die Persien, die iranischen Frauen, 90 Prozent, die wollen nicht Hicab tragen. Ich möchte nur sagen, obwohl es überhaupt nicht angenehm ist, aber bin ich nicht dagegen. Ich denke, sie können frei entscheiden. Wenn ein Land sagt, du darfst nicht das tragen oder du musst ein bestimmtes Kleid tragen, dann ist es wie ein iranisches System. Für mich. Man muss selber entscheiden, was die Leute wollen.